Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Erklärvideo des Wiener Bildungsservers. Heute zum Thema, wie man ein Stop-Motion-Video mit OpenShot macht. Zum Thema Stop-Motion haben wir bereits einige Videos, die wir euch in der Infobox verlinkt haben. Hier nur kurz zusammengefasst. Ein Stop-Motion-Film besteht, wie andere Filme auch, aus ganz vielen Einzelbildern. Als Stilmittel wird beim Stop-Motion-Film allerdings eine Abspielrate einzelner Bilder gewählt, die es dem menschlichen Auge möglich macht, zu erkennen, dass Einzelbilder ablaufen. Für einen Stop-Motion-Film braucht es Geräte. Entweder ein Tablet mit der Gratis-App StopMotion zum Beispiel – das Video dazu findet ihr unten – oder, wie wir gleich zeigen werden, eine Kamera und PC oder Laptop mit der Gratis-App OpenShot. Nachdem ihr schon wisst, welches Gerät ihr verwendet, überlegt ihr euch die Inhalte des Films. Wenn es veröffentlicht werden soll – auch auf Facebook und YouTube sind Veröffentlichungen – dann achtet besonders auf das Recht der UrheberInnen und den Datenschutz. Zum Ablauf. Zuerst müssen die Fotos gemacht werden. Die Kamera sollte dabei an einem fixen Ort stehen – am besten auf einem Stativ – und nicht bewegt werden. Außer natürlich für besondere Effekte. Vor der Kamera werden die Figuren bewegt. Wenn ihr fertig fotografiert habt, müssen die Bilder auf dem PC übertragen werden. Das heißt, ihr findet sie wieder in dem Ordner, indem ihr sie abgelegt habt. Am PC benötigt ihr dann ein Videobearbeitungsprogramm. Wir verwenden, wie gesagt, das Programm OpenShot. Es ist ein kostenloses Open Source Videobearbeitungsprogramm. Hier links findet ihr das Feld Projekt Dateien – da seht ihr alle eure Fotos und die Musik, die ihr hineingezogen habt. Rechts kommt dann das Video. Unten seht ihr die Spuren. Auf jeder Spur kann man einen unterschiedlichen Inhalt ziehen. Jetzt können wir die Dateien einfügen. Das geht ganz einfach. Alle markieren und dann in das Feld Projekt Dateien ziehen. Hier, wenn ihr gefragt werdet, ob es als Bildsequenz eingefügt werden soll, einfach auf Nein klicken. Dann erscheinen die Bilder links in den Projekt Dateien. Dann markiert ihr alle Bilder, macht einen Rechtsklick und geht auf zur Zeitleiste hinzufügen. Hier könnt ihr die Bilddauer ändern. Das ist dann, wie lang das Bild angezeigt wird. Wir nehmen hier 0,2 Sekunden. Klicken auf OK und nun dauert es ein bisschen bis alle Fotos in die Spur unten eingefügt werden. Nun könnt ihr es euch schon anschauen. Um Musik hinzuzufügen, könnt ihr Musikstücke aus dem Internet suchen. Achtet auf die Lizenzvergabe der UrheberInnen. Ihr könnt aber auch eigene Musikstücke erstellen, zum Beispiel im Chrome Music Lab. Unser Musikstück haben wir im Song Maker erstellt. Dazu einfach die Töne anklicken, die euch gefallen und danach speichern und herunterladen. Wir haben das bereits erledigt und ich ziehe aus meinem Ordner, Download Ordner, das Musikstück in eine andere Spur. Ich speichere mein Projekt, falls ich es später noch einmal bearbeiten möchte. Dazu gehe ich hier auf Speichern und benenne mein Projekt. Und nun möchte ich auch den Film exportieren. Dazu gehe ich auf Exportieren. Die Einstellungen passen für mich und auf Video exportieren klicken und es geht los. Das war's schon. Hier noch ein paar Tipps und Tricks. Je mehr Fotos gemacht werden, desto flüssiger wirkt die Bewegung am Ende. Wie ihr gesehen habt, wenn ihr Musik oder eigene Aufnahmen hinzufügt, wirkt der Film noch intensiver und es ist sowohl in der Stop Motion Studio App als auch mit OpenShot Bild. Einfach möglich. Wenn eure Stimme nicht am Film sein soll, können Sprechblasen gestaltet und abgefilmt werden. Wichtig dabei ist, dass sie lang genug zu sehen sein sollen. Die Lichtverhältnisse können oft eine spannende Herausforderung sein. Wenn Sonnenlicht verwendet wird, kann es sein, dass sich die Lichtverhältnisse während des Filmes stark verändern. Wenn das nicht erwünscht ist, kann künstliches Licht verwendet werden. Dann ist es aber wichtig, auf die Schatten zu achten. Auf die Finger aufpassen. Immer erst fotografieren, wenn die Person, die alles bewegt, nicht mehr im Bild. Und das war's auch schon. Viel Spaß beim Ausprobieren. Auf Wiederhören. Wiederhören. Baba.